Hallo aus dem Backstage-Bereich der Suntory Hall. Ich bin die Celina Bäumer, spiele in den zweiten Geigen und ich habe euch auch aus Tokio einen Mitbringsel mitgebracht. Und zwar ist es eine schwarze Sesampaste. Die liebe ich besonders über Eiscreme, Vanille-Eis oder Milcheis. Und es schmeckt fantastisch. Und das Schönste an Japan neben den Konzerten ist für uns das Essen. Tee und die ganzen Sachen gibt es auch bei uns in Deutschland. Aber diese passte nicht. Also, wenn ihr auch so ein leckeres Eis essen möchtet, dann schreibt doch einen Kommentar hier drunter. Und der schönste Kommentar, der kriegt mit ein bisschen Glück, dieses Mitbringsel. Guten Appetit!